Ich glaube, ich wurde schon immer missverstanden. Die Menschen haben mich einfach nicht gemocht. Vielleicht habe ich sie belästigt, bin ihnen auf die Nerven gegangen. Ich weiß nicht warum. Es war einfach so. Vielleicht war ich zu strem. Vielleicht war ich zu abdränglich. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Ja, ich war einsam. Richtig einsam. Aber man gewinnt sich daran. Nach einer Reihe. Und dann, eines Tages, hat sich alles geändert. Endlich hat mich jemand akzeptiert. So wie ich bin. Seit ich diesen Job habe, ist mein Leben komplett anders. Ich fühle mich endlich nützlich, gut in dem, was ich tue. acho reporterisch. Jeder siei ist halt lustig. Ich bin, ganz nah. Ich bin, ganz nah.